Das ist noch eine sehr statische Sache. Aber die rechte Flanke von Schuhe umdrückt. Und die Raten dran wird einer nach dem anderen auch gebraucht. Nicht, dass sie denken, die wären alle so doof, dass sie nur bis 2 zählen können. Die sagen, da haben wir Treffer. 1, 2, das ist, um dem Gegner fair zu sagen, wie oft wir noch draufhauen. So. Und Schuhe umhört sich erfolgreich von Trennig. Das ist alles. Kommandos, Kommandos, dann alle dürfen auch hier stehen.